ja meine leute euer bionics am start und heute gibt es ein ründchen warden und ihr seht schon hier wurden salemental verdoppelt wir haben allgemeinen vollen shop economy units da ist jetzt wirklich die frage wie spiele ich das ich glaube spiele ich das mega greedy ich glaube ich spiele das mega greedy ich halte index vor mir auf der hand und den sunbaken lasse ich wegrollen damit das als refresh zählt und dann dürfte ich ja wenn ich glück habe einen triple salemental bedeuten aber wir schauen einfach mal oder es ist ein triples swobby gleich auch geil wenn ich salemental kaufe verkaufe bringt mir das nichts wenn ich freeze kann ich next turn leveln habe ich drei dann spiele ich drei und drei und gehe danach in die triples rein denke ich frage ist muss ich drei und drei spielen bringt mir das was ich glaube nicht es bringt mir mehr wenn ich voll in die economy rein spiele und die beiden jetzt nehme ja es bringt mir mehr wenn ich so spiele der triple ist ja immer noch wahrscheinlich das könnte ein zweiter triple werden weil wenn ich diese runde level muss ich alles im shop freezen und habe das problem dass dadurch kein refresh im turn da drauf entsteht was bedeuten würde dass wenn es nicht als refresh zählt ich auch keine kopie kriege jetzt habe ich aber den großen vorteil dass ich nächste runde deck swobby spielen kann den shop noch mal reduziere und dann leveln kann es ist eine ganz also das ist eine level curve die wird man nur in der kombination token plus deck swobby so nachspielen können sehr sehr individueller start ich glaube aber sehr sehr stark wir leveln schnell wir gehen schnell auf triple und wir haben trotzdem sachen auf dem board er hat drei und drei gespielt ja ist okay ungewöhnlich finde nix ja aber ist okay für mich so und jetzt müsste egal was kopiert wird es ist er es ist okay für mich karten auf die hand hinzufügen pirates oder murlocs spielen oder random elementare bekommen ich bin fein damit random elementare zu bekommen so next turn party elementel ja wir kaufen die beiden next turn freezen die beiden noch mal machen daraus den nächsten triple discover einen four drop mit dem selemental beziehungsweise droplet triple ähm four drop könnte major domo sein was ultra nice wäre und dann freezen wir so dass wir einen five drop machen und ich würde gerne nomi kriegen vor allem mit dieser quest das ist der versuch murlocs sind halt drin aber wir können mit giant crackling cycling und giant white fire elemental trotzdem potenziell murlocs counter man möchte große cleaves und große divine shields die 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 zwei poison units jeweils traden können mindestens ähm weil dann hat hat poison nicht genug trades auf dem board einfach dann noch ein selfless goldener selfless potenziell ähm dann kann man poison auch gut counter man muss halt nur größere stats haben als murlocs wir haben zumindest gott sei dank keinen bran oder flirgel diese lobby das heißt es ist keiner safe der garantiert hier ähm einen krassen high stat murloc bild aufs board hauen kann wir haben zwar george der eventuell äh full divine sheet murloc aufs board hauen kann aber da kann man immer noch äh einen tunnel blaster gegen spielen und deswegen so ich fließe nicht für den bei drei neuen units die wir sehen ist mit sicherheit ein three drop dabei der dann verdoppelt wird dann gehe ich lieber auf den three drop als auf den joho oga nichtsdestotrotz ist das ganze ein ganz gutes startbord wobei wir ja gerne verlieren oder unentschieden machen möchten erstmal um die quest möglichst schnell ready zu kriegen so wir suchen meja domo und ähm und nomi die haben die größte synergie mit den random elementen die wir bekommen werden ähm bedeutet domo macht halt plus 1 plus 1 für jeden elemental den wir spielen nomi plus 1 plus 1 im ganzen shop und lilrang aus wäre auch eine option weil der das auch nochmal hoch pusht also schauen wir einfach ob wir das so ein bisschen in die richtung lenken können wenn er rechts hittet wird das ein unentschieden oh ne es wird sogar ein win für ihn weil er da micro bots drin hat krass naja das wirklich symbol habe ich irgendwie ignoriert sehr gut eigentlich möchte ich die beide haben ja möchte ich die diese runde spielen vielleicht oh ich gehe diese runde mit dem lose weil ich nächste runde leveln und ein 5 drop discovern kann ist das nomi oder lilrang aus habe ich sehr gute karten plus ähm ich meine ich bin nicht so schlecht die haben jeweils zwei buffs vom dings gehabt ähm dazzling und ein 5 drop ist halt viel viel stärker kriege ich turn 7 nomi plus kriege ich diese runde diese quest aktiviert dann ähm haben wir sehr sehr eine sehr sehr gute chance so wir verlieren das ist geplant alles ok und jetzt so jetzt alles oder nichts quasi weil wir doch schon mehr schaden bekommen haben als mir lieb ist wir sind in lethal range bei 15 wir aktivieren die quest so mir random elemental bitte hey es ist start of combat wollte schon sagen leveln wir schauen rein das tut ein bisschen weh muss ich gestehen dann nehmen wir das gold das ist ein light spawn triple nomi fact will ich ein triple gold grubber haben ich glaube nicht triple gold grubber ist mir zu teuer das würde mich 9 gold kosten für einen potenziellen nomi aber für auch potenziell so viele units die mir nichts bringen hier unten ja hier sehen wir die norm die malloc slider poison ist raus value trades und wir gewinnen und wir gewinnen das oder yes so wir haben das scaling sicher wir können hoffentlich jetzt stabilizen wir müssen gucken die dicken dicken element ist das jetzt möglichst schnell zu oh 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 sollte man den freezen nee ich sollte den kaufen ich denke ich sollte den kaufen ist nix crackling äh den brauch ich 1 oh nee 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 warte so 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 crackling ist klar die frage ist ja wie viele economy unit economy unit economy unit economy unit und 2 elemental ist schon ein geiler shop kriege ich leider keine duplikation ähm weil ich den shop halt voll freeze und die duplikation war halt nicht gut hätte ich den crackling duplicated das wäre krank gewesen äh ich muss aber crackling mitnehmen weil die zwei großen cracklings mich erstmal vor poison schützen weil die ja double trades machen können bedeutet vielleicht fliegt wieder ein domo raus oder der taunt schwierig ah animal bribe da weiß man auch wo die stats hinfließen das poison hätte nicht da reingedurft hätten mit den anderen sachen anders traden müssen aber er macht nochmal ein value trade hier ich verliere das gegen den oh nein unentschieden weil er richtig gehittet hat gut 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 i like knappes ding oh die weinschild mr die weinschild ist raus du gehst was ist mit dem nein oh fuck off das hätte das hätte es sein müssen lasse ich einen domo gehen oder lasse ich einen molten gehen murlocs ich muss mit wildfire reingehen es geht nicht anders eine runde die domos zu behalten macht mich halt stärker langfristig gesehen den molten diese runde zu behalten würde mich ähm kurzfristig gesehen stärker machen domo triple das ist genau das was ich brauche nice 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 okay so poison murlocs wir haben dicken cleave und wir haben double divine shield wir sind da richtig gut gegen jetzt werden die leute die poison spielen erstmal auseinander genommen nice und da ist lethal so lasern wir erstmal die murlocs raus da oben ist noch ein murloc player den werden wir aber nicht instant killen können aber der domo triple ist natürlich fantastisch jetzt noch mal so ein wildfire hitten ah schade wer geht statisch nicht muss er gehen so doof das klingt nimm den barren mal mit vielleicht irgendwann für saveless aber noch sehe ich das nicht noch sollte dicker wildfire plus double crackling ausreichen um murlocs zu töten vor allem ist der wildfire so weit oben ich werde nicht leveln weil das gibt mir die chance dass ich einen wildfire kriege und verdoppelt durch die hero power wobei wenn ich level ich halt einen nomi kriegen kann ah schwierig aber ein goldener wildfire mit den stats die die elemental schon haben das wäre gut was haben die ungefähr 35 35 fast 33 ungefähr bis ich den finde es ist 35 35 locker das heißt 70 70 äh 70 plus 50 stats sind wir bei 120er cleave das wäre schon extrem nice ach ja der kriegt ja auch noch stats hier ja also locker 120er cleave die frage ist ob man irgendwann den cleave nicht mehr scalet sondern lieber eine äh sowas da ist wieder der nächste der anfängt äh poison murlocs zu bilden und deswegen gehen wir dem so auf den sack dass der instant stirbt hier wir lassen uns nicht von poison murlocs verarschen so nämlich ach guck mal damage cap ist wieder aktiv oder was blizzard kriegt eure grafiken bitte äh grafik bugs sind so nervig aktuell damage cap ist schon lange nicht mehr aktiv warum leuchtet es auf einmal wieder warum hatte ich die poison gelassen ich weiß es gar nicht mehr nein nein zum rollen okay ich hoffe halt auf den triple auch wieder die chance auf den triple ne ich glaube wir müssen domo gleich gehen lassen oder vielleicht sogar den kleinen crackling murlocs so um den mal ein bisschen zu buffen das risiko ist halt wenn ich den auf 2 stehen hab dass er attack wird und ich kein cleave damage mache und das wäre halt scheiße das heißt gegen murlocs kann ich es mir noch nicht leisten gegen max und gegen stachel eber vielleicht aber gegen murlocs muss ich cleave first gehen glaube ich andersrum ist meine sorge dass die stats hier zu klein sind eventuell um überhaupt noch einen murloc zu traden aber wir wissen es nicht wir gucken rein mal gucken was er hat er hat noch nicht viel poison aber er stirbt er tötet sich selber im riesen ich hab schon ich will jetzt mal nichts sagen aber es darf nicht sein dass wir als riesen elemental build eine 60% lethal chance haben wir sind tot oder nee er macht 13 wow okay wir wissen wir müssen selber einfach ein leeroy gegen ihn spielen was können wir machen ich glaube ich muss ihn gehen lassen ich spiele jetzt das whitefire elemental nice den crackling jetzt langsamer zu bekommen wäre nice wir brauchen die triples wir haben richtig viel stats produziert mit normie aber wir brauchen die triples es ist wirklich ein knappes ding wie groß ist der ich weiß es halt nicht wenn der ein riesen quillbau build hat hab ich ein problem ist das zu spät ich möchte die whitefire nicht zu spät stehen haben das ist halt ein problem wir müssten den crackling triple endlich kriegen wir müssten den whitefire triple endlich kriegen stat technisch ist alles gut aber wir gewinnen halt nicht viele stats dazu aktuell okay wir countern das bisschen dadurch dass der kleine crackling sich da reinhaut jetzt kommt es drauf an wo wir hitten wir hitten natürlich da wo wir keinen cleave damage machen das ist schön machen wir gott sei dank cleave damage und der überlebt mit 1 ernsthaft okay das ist gut verliert das divine shield und dann gewinnt er durch microbots und wir sind tot scheiße es ist nicht zu fassen ja big elemental war eine schöne runde murlocs waren eigentlich nicht unser problem sondern so weirde divine shield sachen und dass wir die triples nicht gefunden haben wir waren ein bisschen unlucky was die minions im shop anging ansonsten war es glaube ich eine gute runde und wenn euch das spaß gemacht hat lasst doch gern ab oder glocke like nicht vergessen ich wünsche euch eine geile zeit und ich bin raus tschau